Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reaktion House of Iron Feeer. Und heute spielen wir mit British Malaysia. Ja, wir spielen mit Malaysia. Endlich ist es soweit. Die A-Z-Serie ist in der Mitte des Bs oder kurz vorm Ende des Bs endlich angelangt. Meine Güte, hat das lange gedauert. Inzwischen haben wir uns ja schon gekämpft. Durch Andorras, durch Brasiliens, durch Boliviens, sogar Bhutan haben wir schon gespielt. Hier dieses Land. Und ja, British Malaysia steht heute an. Und ich glaube, das wird eine ganz andere Nation als alles, was wir bislang gespielt haben. Wir haben unfassbar viele Ressourcen, aber auch mega viele andere Probleme, wie zum Beispiel eine komplett beschissene Stabilität. Wo war es denn hier? Minus 40 Prozent. Und außerdem will keiner bei uns kämpfen. Irgendwie minus 50 Prozent rekrutierbare Bevölkerung. Das ist kein Kost. Keiner will kämpfen in einem Kriegsspiel. Aber auf der anderen Seite, wir haben eine relativ interessante Startposition. Wir können Siam erobern. Wir könnten die Dutchies Indies unterwerfen. Wobei das natürlich ein bisschen problematisch wird mit den Niederlanden. Da müsste man mal gucken, ob man vielleicht seinen Overlord mitten in den Krieg ziehen kann oder auch nicht. Also, viele Fragen. Wir spielen auf Veteranen. Ich spiele aber nicht im Iron-Man-Modus heute, Freunde. Tut mir sehr, sehr leid. Weil wir spielen mit der Road to 56 Beta-Mod. Dass wir mit 1.12 spielen können. Und mit der neuesten Spielversion. Da geht aktuell nur die Beta-Mod. Und das Speichern im Iron-Man dauert immer irgendwie 10, 15 Sekunden. Und wenn ich jede Woche 15 Sekunden warte und wir brauchen hier im Spiel dann irgendwie 250 Wochen. Dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel Lebenszeit mir da verloren geht. Nur weil ich hier drauf warte, dass die das Spiel speichern. Also, ne. 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 Verzichte ich drauf. Aber ansonsten ist alles wie immer. Road to 56. Wir haben die Chorus & Claims-Gi-Mod mit drin. Wir haben eine Chorbevölkerung von 3,84 Millionen. Ja. Und das allerbeste ist, wir haben einen fetten Fokus-Baum. Was? A Loyal Servant? Aha. Das würde zumindest dieses Ketuanan Melaju entfernen. Was auch immer das sein soll. Was uns die Hälfte unserer Bevölkerung kostet. Dafür müssten wir aber untertan von Japan sein. Ist aber kein Entweder-Oder. Also, wir könnten quasi das State of Malaya machen. Und dann immer noch A Loyal Servant. Und was gibt's hier? Research Speed plus 100%. Ich weiß nicht. Mal gucken, was wir hier so haben. Rebirth of Majapahit. Oh, das sieht aber auch interessant aus. Aber wir müssen... Okay, wir müssen irgendwas vereinen. Hä? Vereinen? Ich vereine gerne. Am liebsten vereine ich die gesamte Welt unter meinem Banner. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir beginnen mit State of Malaya. Und dann gucken wir mal. Mining in Malaya. Das klingt doch hier gut. Reform de Thalasukrasi. Aha. Ah, das ist das große Empire. Da brauchen wir folgende Staaten hier schön auch ein bisschen. Naja, das ist eh meins. Schau mal, das können wir eh machen. Also, das kriegen wir hin. Die Dutchies Indies mag eh keiner. Und dann können wir das Ding hier reformen. Und wahrscheinlich können wir dann auch später... Genau. Das Majapit Empire. Das ist es dann hier quasi. Mhm. Das wollen wir auf alle Fälle machen. Kamele brauche ich keine. Aber danke fürs Angebot. Wirtschaftlich sind wir eine absolute Supermacht. Wir haben eine Fabrik. Wir haben eine einzige Zivilfabrik. Oh, ein kleiner Junge kämpft hier. Entschuldigung. Ich sollte nicht lachen über das Aussehen von Menschen. wenn man selber ausschaut wie ein Baggerfahrer. Und nein, ich habe nichts gegen Bagger. Fahrer. Wenn ich mir ausschaut wie ein Bagger. Mann. Meine Güte. So blöd zum Sprechen heute wieder. Äh, okay. Okay, gut. Jetzt haben wir auf einmal... Ach so, wir handeln. Ach Gott. Meine Fresse. Hallo, ich bin's. First Time. H2F1-4-Player. Der Typ schaut aus wie so ein... Irgendwie schaut der aus, als ob es so ein Zirkus-Dompteur ist, der so ein kleines Äffchen auf dem Arm sitzen hat. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht täuscht es mich auch einfach. Der Typ schaut auch irgendwie komisch aus. Was ist ein komisches Land irgendwie? Keine Ahnung. Aber Fakt ist, wir brauchen auf alle Fälle... Wir müssen unabhängig werden. Das ist natürlich eines unserer ersten Ziele. Und kann ich irgendwie rechtsradikal werden? Oh, nee. Wir können sogar... Oh, das Empire ausrufen. Ah, hier drüben. Hier drüben ist der rechte Weg. Ich habe schon gewundert, wo ist denn der rechte Weg? Da, Alter. Hast du schon gedacht? Hä, was ist das hier für ein Quark auf der linken Seite? Wo ist der rechte Weg? Oder der rechte-linke Weg? Ja, ganz klar. Wir werden faschistisch, Alter. Scheiß drauf. Es gibt nur einen Weg, den faschistischen. Nein, aber jetzt im Univis habe ich jetzt hier zwei, dreimal nicht faschistisch gespielt. Das darf ich immer wieder. Jetzt habe ich wieder einen Bonus hier. Einen habe ich frei. Einen habe ich frei. Wir brauchen als erstes Mal Militärfabriken. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes Mal hier auf Military Reorganization. Es dauert 90 Tage. Digga, das ist das Spiel schon halb vorbei. 90 Tage. Ich glaube, die spinnen. 90 Tage. In 90 Tagen bin ich tot. Also. Hier. In echt wahrscheinlich. Aber wir brauchen ja Militärfabriken. Ansonsten kann ich die Waffen irgendwo aus dem Meer glauben. Und was die Amis ins Meer geschmissen haben, was sie nicht mehr brauchen. Oder was von den U-Boot-Kämpfen der Deutschen gegen die Briten übrig bleibt. Keine Ahnung. Aber ich kann hier so nicht wirklich was machen ohne Militärfabriken. Und die Dutchies Indies werde ich so auch nicht besiegen können. Wobei der Typ wird sich wahrscheinlich selber besiegen, weil ich glaube nicht, dass der alt wird. Bonifacius Cornelius de Jong. Ja, ja. Heißen alle de Jong irgendwie. Äh, was? In 240 Tagen klauen die mir meine Wolfram-Produktion. Was? Gibt es irgendwelche Missionen, die wir dann... Okay. Bin mal gespannt, though. Was es hier gibt. Wir haben da aktuell natürlich noch relativ fette Wolfram-Produktion in unserer Hood. Nämlich, äh, wo eigentlich? Okay. Hä? 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 Wir haben angeblich eine fette Wolfram-Produktion, aber irgendwie auch nicht. Ah doch, hier. Sechsen... Ey, wo sind denn die? In Pahang? Ach, Leute, ich bin so blöd, Alter. Leute, ich bin maximal blöd, ne? Ich bin unfassbar dämlich. Da ist es doch. Scheiße, bin ich dumm. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Wäldern nicht, wie man so schön sagt. Und das ist auch hier der Fall. Oh, Mann. Zivilfabriken. Immerhin gibt es hier mal ein paar. Aktuell ist alles im Arsch bei uns. Wir sind ja wirklich das hinterweltlichste Land, was es gibt. Vor allem das Ding ist, was ich überhaupt nicht verstehe, wir haben zwei Militärfabriken bekommen, ne? Aber irgendwie können wir die nicht nutzen. Ich verstehe nicht, warum. Ne? Military Reorganisation. So. Add 2 Military Factory. Ne? Steht ja da ganz klar. Aber wo sind die? Ich hab sie nicht. Ich hab sie nicht. Aber hier sind sie. Ah. Ah, ich glaub, ich weiß warum. Ich glaub schon, dass ich sie habe. Das Problem ist nur... Ich glaub, dass diese Hundinge sich die gerade snacken. Schau mal, die haben nicht mal eine Regierung. Boah, geil. Vielleicht muss ich gar nichts machen. Die lösen sich selber auf. Das wär ja cool. Okay. Dominions break with the crown. Aha. Pass auf. Alle außer mir. Hehehe. Was? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Excuse me? Wir haben 1936. Was soll der Scheiß jetzt? Ich wär auch gerne unabhängig. Aber jetzt haben sie mir meinen Wolfram geklaut. Aber wir können jetzt natürlich das Ganze nochmal herauszögern. Machen wir natürlich auch gleich. Naja, 200 haben sie mir geklaut. Die Geier. Ja, nicht so freundlich. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, wir haben keine Ressourcenprobleme. Wir haben Gummi ohne Ende. Sonst haben wir immer kein Gummi ohne Ende. Dieses Mal haben wir Gummi ohne Ende. Aber wir haben ein Land, was irgendwie nicht in der Lage ist, all das Gummi zu nutzen. Was es auch hat. Bislang. Die unkonfederierten Staaten. Irgendwas ist jetzt hier auf alle Fälle. Es ist die Frage, was machen wir jetzt? Vereint wird das hier alles? Oder auch nicht? Oder lassen wir alles, wie es ist? Und ich würde sagen, wir gehen mit Gewalt hier und versuchen die alle zu inkorporieren. Wird doch bestimmt irgendwas Positives bringen, hoffe ich. Hier sehen wir übrigens auch das Problem, was wir aktuell haben. Wir geben 75% unserer militärischen Industrie an unseren Overlord. Und 25% unserer Zivilindustrie. Das heißt eigentlich, gefühlt alles geht an unseren Overlord. Deswegen sind wir aktuell komplett im Arsch. Aber wir arbeiten dran, um das zu ändern, meine Freunde. So, jetzt haben wir noch irgendeinen Rat der Prinzen. Ihr gebt mich hart auf den Sack mit eurer scheiß politischen Macht. Aber wir kriegen 10% Tor-Support. Deswegen, ah, so leid es mir tut und so schwer es mir auffällt. Wir nehmen es und pushen jetzt hier in dem Fall. Weiß ich nicht, was machen wir denn jetzt hier in dem Fall? Gucken wir uns erstmal diese Investoren an. Oder wir gehen auf Faschismus direkt. Faschismus ist auch... Hier geht erstmal Faschismus, scheiß drauf. Also diese Investoren, so wie ich das jetzt richtig verstehe, funktionieren so, dass wir zwei unserer Fabriken entfernen, die dann quasi außerhalb der Karte sind. Und wie dann diese zwei außerhalb der Karte irgendwie gegen sechs andere austauschen. Beziehungsweise fünf, beziehungsweise... Okay, ich verstehe zwar nicht viel, aber... Extra-Fabriken, denke ich mal, am Ende sollten... Oh, Militärfabriken, Moment. Ah, nach vielen... Hä? Military Factory is in use, 0 von 2? Ah, jetzt hat... Oh, unsere ersten Waffen, die wir produzieren nach zwei Jahren. Aber interessant, ich bin immer gespannt, wo wir nachher stehen mit Fabriken. An sich, wie gesagt, wir haben ja super Handel und wir müssen halt nur die Briten irgendwie loswerden. Aber wir haben jetzt vier... Ne, elf Off-Map-Factory... Factories, genau, Factories. Aber irgendwie sind die dann gleich wieder weg. Die klauen uns hier wieder. Hä? Also wir haben die jetzt quasi nur für zwei Monate, diese ganzen Fabriken, dann sind sie wieder weg. Toll, hätten sie ja auch sparen können. Übrigens mal wieder die Zeit der Bürgerkriege. Sowjetunion. Spanien. Chile. Mexiko. Großbritannien ja eigentlich auch mit all seinen Kolonien. Die haben ja nur noch mich. Als dummes Scheißland. Weil ich irgendwie zu blöd bin, meine Unabhängigkeit zu erklären. Das ist eigentlich auch streng genommen Bürgerkrieg, weil sie sich abgespalten haben, aber darüber rede ich jetzt hier nicht. Ach, nach all der Zeit. Blub. Sind wir ganz... Oh, geile Flagge. Was ist das denn? Wie schaut der denn aus? Er schaut ja fast so scheiße aus wie ich. Da bin ich jetzt wenigstens unabhängig. Ne, immer noch nicht. Jetzt bin ich Reichsprotektorat. Digger, was für Reichsprotektorat, Alter. Ist das das britische Reich, oder was? Ach, helft mir doch mal, Alter, jetzt, Mann. Und wieder einmal sind es die Jener, die den Zweiten Weltkrieg über den Zaun brechen. Nicht die Deutschen. Die Deutschen haben sich zwar schon die Österreicher gesnackt, aber Italien ist mal wieder die Nation, die sich jetzt mit Jugoslawien, Rumänien, der Tschechoslowakei und Frankreich anlegt. Naja, und wie immer wird die Teilen auf die Fresse bekommen. Hey, Bürgerkrieg, der Klassiker. Passiert immer und sorgt dann automatisch dafür, dass der Typ, Kollege Maus Solini, jetzt wahrscheinlich auf die Fresse bekommt. Nicht gut für ihn. Ah, der amerikanische Bürgerkrieg. Ah, ich liebe ihn. Er ist so wunderschön. Ach, er ist... Oha. Digga, übertreib halt nicht. Haben die sich direkt das halbe Land gesnackt? Habt ihr gesehen? Blob, auf einmal war alles grau. Ei, ei, ei. Gerade festgestellt, dass wir zwar in der Lage sind, muss man sich mal überlegen, wir sind in der Lage, rein theoretisch, Flugzeugträger zu bauen. Wir können Flugzeugträger bauen, aber was Züge sind, davon haben wir noch nichts gehört. Alles klar, gut, verstehe ich. Verstehe ich von nun ganz. Also eigentlich sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wir werden jetzt hier Pressure of the Settlements machen. Das dauert drei Tage. Dann sollte hier Folgendes passieren, dass wir eigentlich unabhängig werden müssten. Wir haben die 50% plus für die Panionic Idioten und alles andere ist quasi auch angerichtet. Aber jetzt passiert dann Folgendes. Sobald es jetzt fertig ist. Ja, die Teilen ist Geschichte. Aber jetzt hat es funktioniert. Okay, gut, gerade ist das Spiel abgeschürzt. Und eigentlich sind wir jetzt... Jawohl. Nieder mit den politischen Pöbeln. So, wen erkläre ich jetzt den Krieg? Gar keinen Fall. Hä? Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Let the game begin. Und was machen wir hier jetzt? People's Rule, würde ich mal sagen. People's Rule, meine Freunde. Und wir bereiten uns jetzt direkt auf Krieg vor. Meine Güte, ich bin zu blöd zu sprechen. Ich würde sagen, wir probieren es direkt mit... 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 Das Ding ist... Ich hoffe, wir sind stark genug. Wir werden sehen. Meine Güte, wir werden sehen. No risk, no fun, sage ich immer so schön. Ich habe zumindest meine Division schon leicht bearbeitet. Wir haben schon mal eine AT und eine Support-AT mit drin. Heißt, wir haben auf alle Fälle einen Busy-Soft-Attack. Übrigens schön, Mohammed Sheriff, 10-15%. Das ist ein relativ starker Boy, muss man übrigens mal positiv anmerken. Wir haben jetzt übrigens noch knapp einen Monat Zeit, um die 5000 Abonnenten dieses Jahr noch zu schaffen. Ich habe ja schon gesagt, würde mich mega freuen. Und ich werde dann auch extra dafür zu feiern. Eine neue Serie starten, in der wir mit jeder Nation der Erde versuchen, alleine die Welt zu erobern. Das wird bestimmt total unterhaltsam, spannend und lustig. Und wenn ihr da Bock drauf habt, genauso wie auf all die anderen schönen Projekte in Hasuf 1.4, dann nicht vergessen, keine Krabben essen und den Kanal abonnieren. Die Briten, Alter. Die Briten haben einfach Mexiko den Krieg erklärt. Hä? The fuck ist falsch mit den Briten? Ist mir scheißegal, aber trotzdem, what the fuck? Und damit, ja, ich würde erstmal trotzdem sagen, wir gucken, dass wir auf den nächsten Forschungsslots sparen. Aktuell nämlich echt sau wenig Forschung mit drei Forschungsslots. Da müssen wir dringend was dran ändern. Meine Division ist übrigens in der Zwischenzeit 113 Soft Attack, 33 Breakthrough, 113 Hard Attack. Ist okay. Würde bestimmt noch eine Infanterie mehr nicht schaden, glaube ich. Aber ansonsten bin ich jetzt relativ happy. Eine Organisation von genau 40, das ist ideal. Und, oh, ich bin so gespannt, ne? Ist so komisch, wenn man nach dreieinhalb Jahren beginnt, erst zum ersten Mal überhaupt erstmal wirklich das Zeug zu bauen, was man braucht. Das ist so wild. Wir sind zurückständig immer noch. Das ist so traurig. Ob das eine gute Entscheidung ist, das werden wir jetzt dann sehen. Okay, die greifen mich erstmal an. Super. Aber wir können standhalten. Weiß wohl, scheinbar nicht die beste Idee, die ich heute hatte. Scheiße. Aber es sieht erstmal gut aus auf den ersten Blick. Was habe ich denn da mir angetan, ey? Aber wir haben Luftüberlegenheit. Ich habe ein paar Flugzeuge gebaut. Die holen hier, glaube ich, ein paar Feinde vom Himmel. Äh, vom Boden. Äh, in den Boden. Ach, egal. Die ballern halt Leute in den Boden. Meine Fresse. Division Attrition minus 8% klingt auch noch nice. Ansonsten, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist alles relativ nutzlos, was wir hier haben. Irgendwie. Imperial Airways. Ja, wahrscheinlich haben wir hier Imperial Airways, Alter. Was ist das? Es ist... Okay, alles klar. Alles, danke. Danke, danke Spiel. Danke, Mod. Ich liebe euch. Naja, die erste motivierte Offensive der Siamesen ist gescheitert, so wie es ausschaut. Und ich denke mal, wir können langfristig die Gegenoffensive vorbereiten. Leider haben wir doch einiges an Erfahrung verloren. Nicht so toll. Wir waren alle auf Level 3. Hat ein bisschen drunter gelitten unter der Offensive der Siamesen. Oh, was? Was, 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 was? Deutschland hat den Nationalen... Was? Dicke, die waren einfach faschistisch, ihr Vollidioten, Alter. Du Trottel. Lebensraum im Osten? Ja, aber man hätte die doch auch verbünden können. Naja, here we go. Okay. Okay. Äh. Gut, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich noch nie gesehen, dass die Tschechoslowaken faschistisch wurden. Habe ich wirklich noch nicht gesehen bis jetzt. Ah, die sind... Ah, okay, ich nehme es zurück. Das ist einfach nur ein Puppet von Deutschland. Ah, okay. Dann, dann ist okay. Dann ist normal, ja. Ich dachte, dass sie vom Spiel aus faschistisch geworden sind. Naja, das tut mir wieder weh. Wir haben jetzt... Das ist der dritte Kessel gewesen. Wir haben 140.000 Siamesen ermordet mit drei Kesseln. Und haben 3.000 Mann verloren. Das ist eine KD von 1 zu 50 oder 1 zu 45. Alter. Das schaffen wir ja selbst zu meinen Prime-Deutschland-Zeiten nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die siamesischen Divisionen echt enorm schwach waren. Die hatten nur Infanterie. Die hatten keinerlei Artillerie oder ähnliches. Das waren einfach nur ganz bumsbillige Standard-Einheiten. Bauern aus ihren Feldern gezogen. Mit Maiskolben bewaffnet in die Schlacht geschickt gegen unsere überlegenen Einheiten. Hat niemals eine Chance. Und jetzt singen unsere Einheit in One Night in Bangkok. Ein wunderschönes Lied. Passend hier auch. Ich weiß gar nicht, von wann ist das Lied überhaupt? 1984. Naja, passt doch fast. Ich meine, immerhin die ersten zwei Ziffern stimmen schon mal. Ich finde es aber total süß. Jedes Mal die Portugiesen versuchen, den Spanier den Krieg zu erklären. Es klappt aber nie so wirklich. Und auch dieses Mal wird es nicht klappen. Aber in Portugal probiert es ja jedes Mal. Man kann ja nicht sagen, sie würden es nicht probieren. Also unsere Spione sagen, dass Burma ein absolut nutzloses, schwaches und ressourcenreiches, geiles, kleines Land ist. Was nur darauf wartet, von meinen Einheiten zerfegt zu werden. Und ich sage mal, so viel, was zur Hölle soll schon schief gehen. Ja, die haben ein Drittel unserer Manpower. Boah, also ich erwarte hier einen deutlichen Sieg, einen einfachen, einen schnellen Sieg. Da unten ist ein Großteil der feindlichen Armee schon eingekreist. Sehr gut. Ja, das soll... Okay, ne, also Burma ist gar keine Bedrohung. Hervorragend. Man muss nur die Initiative ergreifen. Und schon kann man die halbe Welt vereinen. Die haben nicht mal Einheiten, die ihre Hauptstadt verteidigen. Geht mal schneller rein. Nach Rangoon. War es das jetzt? Ne, noch nicht ganz. Mandala ist noch da. Übrigens total abgefuckt gerade. Ich habe festgestellt, ich kann hier überhaupt nichts mehr weitermachen. Wir sind hier durch. Wir können nicht das machen. Wir können nicht das machen. Wir können gar nichts machen aktuell. Weil ich hätte für die beiden hätte ich das oder das machen müssen, dass ich das hier machen kann. Und für das wären wir Kommunisten und das hätten wir Demokraten sein müssen. Das heißt de facto, das ist komplett nutzlos. Das kannst du eigentlich löschen. Das kannst du wegmachen. Das langweilt mich gerade ein bisschen, aber naja, einfache Kampagnen waren ja noch nie mal ein Ding, ne? Hervorragend. Und das Gute ist, ich habe ja die Courses und Claims Mod installiert. Das bedeutet, wir können diese Gebiete später claimen. Das ist... Was? 386 Wollt ihr von mir haben? Okay, ich dauere noch eine Weile, bis wir das Claimen können. Aber das wird unsere Manpower-Probleme für alle Zeiten lösen. Also wir haben jetzt hier einen relativ interessanten Krieg tatsächlich. Deutschland und France gegen Norwegen, Britannien und Frankreich. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Bulgarien ist jetzt Minion von Rumänien. Rumänien selber ist ja auch noch irgendwie... Ach, das ist alles so confusing gerade. Und das Deutsche Reich und der Kollege... Also eigentlich hat Deutschland die besten Voraussetzungen jetzt gehabt. Aber die Deutschland-KI ist irgendwie zu blöd zum Kacken oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls kriegen die hart auf die Fresse gerade. Und ich weiß nicht warum. Oh ja, jetzt auch noch gegen die Niederlande. Ach du Scheiße. Die Niederlande hat kapituliert. Das ist jetzt mein Zeitpunkt, wo ich eigentlich reagieren kann und muss. Huch. Nicht so blöd wäre. Und zwar werden wir jetzt hier unsere Offensiven starten. Nerv Invasion. Wir werden jetzt im Krieg sein mit diesen anderen Booms da. Aber mal gucken, ob das klappt. Keine feindliche Flotte vorhanden. Das heißt, wir kommen auch hier problemlos rüber. Bin immer gespannt hier. Und wir treten tatsächlich den Deutschen bei. Ist ja keine Solo-Challenge. Das dürfen wir ja. Und können wir bitte darüber reden, wie hervorragend ausgeführt mein Manöver war. Nerv Invasion ist in mehreren Kerngebieten der Dutch East Indies. Hauptinseln werden hier problemlos eingenommen. Unsere Truppen überrumpeln den Feind durch strategisch-taktische Meisterleistungen. Dafür bitte einmal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen und mein Ego pushen. Habe übrigens die ganze Zeit Singapur umverteidigt gelassen. Hätte diese ein... Oh, 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 fuck. Oh, shit. Äh, 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 Moment. Äh, öpsi, öpsi. Das wäre jetzt fast... Das könnte immer noch in die Hose gehen. Oh, es geht komplett in die Hose. Oh, fuck. Oh, shit. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht... Oh, haben wir Glück. Oh, oh, oh. Es hätte hier vorbei sein können mit mir. Übrigens ist der amerikanische Bürgerkrieg, ne? Die Amis sind auch in der Achse drin, ne? Unter Douglas MacArthur. Die Constitutionalists sind fast tot. Und Kanada hat sich auch gedacht, so YOLO. Tret mal den anderen bei. Wird schon schief gehen. Die Deutschen machen auch ihr Ding. Ich hätte denen jetzt sogar geholfen, den Deutschen. Aber gut, die machen ihr Ding selber. Wir versuchen jetzt halt die Gebiete hier zu erobern. Dass wir hier dann das Großmaler-Pathajanische Reich ausrufen können, oder wie es da heißt. Meine Freunde. Let's fucking go. Boah, ist die Flagge hässlich. Aber wir sind jetzt das Majapahit Empire. Und das ermöglicht es uns unter anderem normalerweise das hier machen zu können. Ah, nee. Nee, geht doch noch gar nicht. Wir müssen erst unsere politischen Probleme beilegen. Aber geil, oder? Dürft auch bestimmt... Ja. Klar, die Deutschen wollen gleich wieder Manpower haben. Okay, also ich kriege 500.000 Mann, um euch zu helfen. Ich bin ja eine freudige Krabbe. Ich helfe ja gerne. Und das Gute daran ist, es ist immer relativ lustig. Wir haben jetzt hier überall Chorgebiete drauf, ohne dass der Krieg überhaupt vorbei ist. Das ist alles unser. Alles unser. Ja, ganz legitim. Die Philippinen sind eh schon mit all unseren Freunden im Krieg. Deswegen bleibt auch mir nichts anderes übrig. Und wie wir sehen, fehlt uns noch ein Huch. Ein Huch fehlt uns noch. Eine Seeregion. Aber das kriegen wir hin. Blup. Und dann können wir hier zeitlich wieder die nächste große Naval Invasion starten. Wobei ich jetzt sagen muss, der Kriegsbeitritt der Franzosen, der kommt jetzt ein bisschen nervig. Ja, scheiße. Ja gut, dann verpissen wir uns einfach mal in eine defensive Linie. Weil die werden uns jetzt hier eh überrumpeln. Ärgerlicherweise. Weiß übrigens nicht, aber ich glaube, ich bin mit meiner Seeüberlegenheit hier sehr zufrieden. Könnte auch damit zusammenhängen, dass hier kein einziges feindliches Schiff umherfährt. Und naja, wir relativ viele Verbündete hier haben. Die Philippinen sind auch gefallen. Das heißt, wir gönnen uns jetzt voll und ganz auf... Warum haben die meine Gebiete bekommen? Sogar Quastate. Die haben einfach meine Gebiete geklaut, diese dreckigen Ratten. Na jedenfalls müssen wir jetzt erstmal die Franzosen kalt machen. Und dann den Deutschen helfen, weil die Deutschen kriegen auch auf die Fresse. Also... Oh, ist das hier alles Katastrophe. Klar, ja. Die Deutschen wollen auch mehr Manpower. Manche und Klaas die ganze Zeit wieder extra Manpower brauchen. Werden die die ganze Zeit ihre Truppen verheißen gegen die Baguettes? Warum, warum immer die so blöd sind? Ha, die Türkei ist auch der Achse beigetreten. Der Wendepunkt in diesem verlorenen Krieg? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ich hoffe, dass Deutsche lange genug standhält. Das ist meine Sorge. Sogar Dänemark ist mit in dem Bündnis drin. Wie kann man denn so reinscheißen, Mann? Ah, die... Wenigstens die Amis machen hier einen Job halbwegs fähig. Mit seinen 55 Divisionen. Ist eigentlich auch nicht so stark, aber er macht seinen Job immerhin. Immerhin haben sie hier kaum Truppen in China. Das bedeutet für uns... Jetzt, wo unsere Armee auch hier ist. Wobei sie immer noch nicht so stark ist. Wir haben jetzt aktuell... Wie viele Mann im Feld? 340.000. Aber immerhin, die reichen, um hier das Problem zu lösen. Ja, mit dem Beitritt der Türkei ist Griechenland jetzt relativ schnell Geschichte gewesen. Aber trotz allem, Frankreich hat immer noch tapfer die Stellung. Aber es sieht nicht mehr ganz so gut aus wie früher. Alter, 10% Ressourceneffizienz. Halala. Relativ starken Shit, den es hier gibt, Alter. Krass. Das wiedergeborene Majaparit oder wie das Ding hier heißt. Wie heißt es denn überhaupt? Meine Güte, gehen wir weg jetzt. Majaparit Empire. Jaja, stärker denn je, meine Freunde. Tja, und jetzt hat Frankreich doch noch kapituliert. Gerade eben, als ich mich dem Problem annehmen wollte. Hm, naja. Okay, Deutschland ist jetzt im Krieg mit Japanese-Russia. Okay. Ich verstehe eh nicht genau, warum ich wieder Japanese-Russia. Problem an der Geschichte ist nur, dass... Ah, okay. Ja, dass keine direkte Front existiert. Das ist das Problem. Da müssen wir jetzt automatisch auf dem Krieg mit Japan. Das Problem ist nur, wir müssen uns erstmal auf Küstenverteidigung konzentrieren. Da wir keine Einheiten haben, um eine eigene Offensive zu starten gegen Japan aktuell. Leider. Klar, ich gehe da... Komm, ihr seid solche Wichser. Ich komme zu eurer Unterstützung. Was machen die? Gehen einfach ohne mich schon los. Toll. Und ich kriege die ganze Zeit doch die Japaner auf die Fresse. Das ist asozial von euch, Deutschland. Echt. Wie sie sich meine Gebiete geiern wollen, Alter. Das ist meins. Verpisst euch alle. Ich glaube, das rechtmäßig erobert. Ich glaube, die spinnen. Ja, komm. Wer ist denn das? Scheiß Deutschen. Hör mal, die Deutschen. Die meine Gebiete haben wollen. Ach, komm. Wenigstens haben sie eingesehen, dass das meins ist. Was? Gibt es jetzt noch irgendwas, wo man hier... Ich meine, mich interessiert das Zeug hier oben gar nicht. Das können sie eigentlich alles für sich selber behalten. Ich bin fertig hier. Jedenfalls. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir sind ja auch in der Achse mit drin. Und jetzt bleibt noch das Commonwealth of Nations mit Japan. Ob ich vielleicht ganz frech diesen zwei Ländern den Krieg erklärt habe, damit die Front ein bisschen größer wird? Es ist immer ein großer Fehler Seine Hälfte umbewacht zu lassen Und Japan ist scheinbar Großmeister Darin seine Hälfte umbewacht zu lassen Und Truppen haben es auch nicht wirklich fehlt Und die Idioten Ja und Japan hat jetzt relativ schnell kapituliert Danke für die ganze Ausrüstung Kann ich brauchen Verbleibende letzte Major ist Kanada Und wenn die kapitulieren ist der Krieg vorbei Ja mit dem Fall von Ottawa Seht ihr selber was gerade passiert ist Japan hat sich ebenfalls verabschiedet Und damit auch Russland Und damit auch all deren Freunde Ja und damit Meine Freunde Das Majapahite Empire Eine Weltmacht mit über 200 Fabriken Mit über 3 Millionen Fireman Power Und über 1 Millionen Mann im Feld Haben wir es nicht nur geschafft Indonesien zu vereinen Nein auch viele andere Gebiete Wie zum Beispiel Japan Obliegen nun unserer alleinigen militärischen Macht Und damit habe ich meinen Teil für heute erfüllt Wünsche euch allen noch einen möglichst schönen Tag Ich hoffe das Video hat euch gefallen Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss Und bis zum nächsten Mal Tschüss Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal